und ja man muss wie im ersten teil wirklich alles mitnehmen was man kriegen kann und dann verkaufen wir mal so jetzt haben wir noch 300 nahrung die wir dann verkaufen können bei der nächsten gelegenheit also im graden weg am besten wenn wir dort die nächste wissensschrift rolle kaufen nebenbei was können wir denn da auf jeden fall die treffsicherheit und vielleicht wächter wäre nicht schlecht zehn punkte mehr rüstung dafür hat weniger schaden aber sie überleben es dann wenigstens länger okay jetzt kommen alle aus der höhle geströmt wo kommen die großen jetzt hier hier wir sind hier wir sind hier hier Okay, das ist nicht so gut. Wir müssen von da oben gekommen sein. Das ist sehr unfreundlich, muss ich sagen. Okay, Steine haben die jetzt gedroppt. Ich möchte jetzt ungern zwei Trupps zusammenziehen. Gut, ich könnte mir dann hier... Nee, Briganten, die bin ich nicht so. Vor allem die sind schwächer als meine Jungs. Ja, das kostet 140. Die Briganten sind da definitiv teurer. Aber das war jetzt mal fies, ey. Also ja, die Monsterhöhle da oben hat uns was entgegengespiehen. Ach so, und wir brauchen das Chaosgewölbe da oben auch noch für Pik hier. Aha. Agreed. Come on, folks. In a minute. Hallo, ich bin direkt bei meinen Männern. Warum? Aha. Verleih ich immer noch Mana? Agreed. Ja, Monsterhöhle. Come on, folks. Die hat große Monster auf uns gehetzt. Was hetzt die dieses Mal auf uns? Noch mehr große Monster. Erstmal müssen die Großen weg. Ha? Aha. Come on, folks. Agreed. Come on, folks. Come on, folks. Die Kleinen ignoriere ich jetzt erst mal. Okay, lassen. Come on, folks. We are under attack. Aha. In a minute. Aha. Aha. In a minute. Bows at the ready. So. Well? All right. Steine stecken übrigens nur 50. In a minute. In a minute. So, jetzt ist die gute Frage, was es hier gibt. Und ja, ich sollte... Come on, folks. ...einfach richtig speichern. Wie nennt das Ganze jetzt? Let's play safe. Agreed. Agreed. Oh, Zombies. Shoot em! Zombies nicht so gut. That'll be fun. Huh? Come on, folks. Uh-huh. Uh-huh. What? Agreed. Uh-huh. Okay, jetzt werde ich gegen viele Zombies kämpfen. Bows at the ready. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 war 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 und okay das sind wirklich viele verluste die ich da gerade hinnehmen muss that'll be fun come on folks here we are uh-huh coming uh-huh as you wish as you wish here we are here we are as you wish as you wish as you wish as you wish well beat them up may their souls rest in peace here we are as you wish coming as you wish as you wish as you wish as you wish coming what zu dem briganten neuen auftrag haben die jetzt noch nicht für mich ach okay ich muss eine von denen auf zwei steigern um Lehrling zu erreichen ja ich glaube als nächstes nehme ich dann wieder magische fähigkeiten what 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 in a minute come on folks agreed ja zerstört das zombie versteck in a minute come on folks in a minute come on come on folks yes agreed uh-huh in a minute in a minute we are under attack uh-huh agreed come on folks agreed come on folks uh-huh my troops my troops are under attack what here we are what at your service here we are my troops are under attack here we are here we are here we are So, auf den Stein, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt erst einmal nach Gwanweg zurück. So können wir ja auf meine Truppen warten. Wollen wir mal kurz gucken, rekomstruieren. Also hier in dem Gebiet haben wir alles gemacht. Das haben wir alles gemacht. Hier oben waren wir überall, bis auf das Chaosgewölbe. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann hier hin. So, da kommen meine Truppen. Das war die Wolfsgrube, die wir ganz am Anfang zerstört haben. In a minute. Ja, auf jeden Fall die Schriftrolle. Ne, ein Schwert den Bogenschützen geben, das bringt nichts. Aber die Schriftrolle hätte ich gerne. Kommt rein, Leute! So. Was? Hier sind wir. Verkaufen wir erst einmal die Steine. Und das Holz. Hier sind wir. So. Ein bisschen Stein heben wir noch auf. Was? Aber wir verkaufen wir noch etwas Nahrung. Hier sind wir. So. Ihr kriegt das Ding. Well. Was? Agreed. So, ich kann meinen Geist wieder hier hochschicken. Und ich kann meinen Geist wiederholen, Was? So. 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 Bis zum nächsten Mal.